Hallo, grüßt euch. So, Tilo und Savi Rin und Heini Nüchtern fliegen lässt. Die haben das jetzt wohl erst veröffentlicht vor anderthalb Stunde. Und ja, wer Tilo ist, weiß ich. Kleine Mitte. Ich weiß nicht. Sieht so nach Heini nicht ganz nüchtern immer aus. Keine Ahnung, wer jetzt wer ist, aber das wäre bestimmt noch irgendwie mitkriegen. Okay, dann mal Feuer frei. Das ist wohl immer die Bewegung. So irgendwas mit Codeine oder irgendwie das Zeug so und mit das. Das ist hier in Kalle. Das hat er immer an, so dieses Ding, dieses Karo, diese Klamotten, so. Aber ich finde die nicht schlecht. Ich habe gedacht, das ist nur mal so ein vorübergehender Dress irgendwie. Aber jetzt haben wir schon öfters gesehen damit. Ich will ein Drink, der mich fliegen lässt. Sie wollen nie reden, aber redet jetzt. Wir sind am Top und gehen nicht mehr weg. Das hier ist echt und bei euch ist Cap. Und sie fragen mich, wie viel ich für ein T-Shirt krieg. Dabei weiß ich noch nicht mal, wie mein Pa... Das ist doch servieren, ja. Also ich stehe das halt hier jetzt so, da läuft gerade der Text. Das Wort ist, ich habe eine Frage, warum geht mir nicht gerade langweilig. Ich habe ein Breher, macht Zeit, ja, noch scheinheilig. Die Biene hat mich durch die Becke piekt. Vorher war witzig. Da beweise ich noch nicht mal, was mein Passwort ist. Sie fragt mich, wie viel ich für ein T-Shirt kriege. Da beweise ich noch nicht mal, was mein Passwort ist. Das ist richtig gut. Ja, Promes, auch so ein, ja, Benzo oder irgendwie, oder, ja, ich weiß nicht. Also irgendwas aus beruhigungsmäßiges Mittel. Glaub nicht, dass das hier Zufall ist. Alle meine Pris haben Zuversicht. Wenn du draußen immer nur am Ufer bist. Hab so oft gesagt, wie ich das nicht. Ich komm fully dressed in Babe auf deine Drecksparty. Mach ein Muspel, das ist mein Job, dein Job bringt Wack Money. Ich hab Coding und ich spill, es war's ein Drecksassi. Trag Designer, weil ich will es und ich kann's ja nie. Ich will ein Drink, der mich fliegen lässt. Sie wollten nie reden, aber redet jetzt. Wir sind am Top und gehen nicht mehr weg. Das hier ist echt und bei euch ist Cap, ja, ja, ja. Ich glaub, die Zans wollen mich wegnehmen. Und sie will sie mir wegnehmen. Okay, das ist also Heini nüchtern. Alles klar. Ich bin auf Oxy, es ist nicht ein Stück. Du weißt nichts, was ich nicht zeigen tue. Heini, wie machst du das so froh bist? Er ist auf Oxy, okay, alles klar. Das ist natürlich echt heftig. Hast du nicht Angst, dass er dich bin? Das ist ein bisschen trüb. Dies Brat ist dick, sie ist bischle trüb. Das ist der Saft, das kein Mist geschieht. Aufgrund trink ich mir ne Zwei in die Fritzlimo. Lieber noch mal checken, was ich sagte in der Sprachmemo. Es ist Heini, ich zeig dir nix. Ich will ein Drink, bis ich immer fliege. Und ich glaub nicht, dass das hier Zufall ist. Alle meine Pris haben Zuversicht. Wenn du draußen immer nur am Ufer bist. Ich hab so oft gesagt, ich komm fully dressed in Brave. Oh. So eine andere Jacke an, aber auch so in dem Style. So irgendwie. Ähm, es hat was. Deine Drecksparty. Mach ein Ausbild, dass mein Job, dein Job bringt Wack Money. Ich hab Kodin und ich spiel es, was ein Drecks... Party. Mach ein Ausbild, dass mein Job, dein Job bringt Wack Money. Ich hab Kodin und... Ja, ja, okay. Jetzt füllen sie in die Flasche rein. Alles klar. Und ich spiel es, was ein Drecksassi. Trag Designer, weil ich will es und ich kann es ja nie. Ich will ein Drink, der mich fliegen lässt. Sie wollten nie reden, aber redet jetzt. Wir sind on top und gehen nicht mehr weg. Das hier ist echt und bei euch ist Cap. Ja, ja. Okay. Tilo. Serverin. Lit Kids. Okay. Ja. Okay. Ganz nett. Ist nicht wirklich der Brüller, aber echt okay. Kann man sich gut anhören. Ist diese Cloud-Rap-Szene. Nehmen wir schwer an. Okay. Ja. Wenn ihr ein Abo dalassen möchtet, lasst ein Abo da. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.